DW Deutsch lernen mit Nachrichten Dienstag, 6. Juli 2021, 9 Uhr in Deutschland. Neueinstufung von Reiseländern. Deutschland lockert die Einreisebeschränkungen für einige Staaten, die bislang als sogenannte Virusvariantengebiete eingestuft waren. Dazu zählen Portugal, Großbritannien, Nordirland, Russland, Indien und Nepal. Ab Mittwoch werden diese Länder zu Hochinzidenzgebieten zurückgestuft. Für vollständig gegen Corona Geimpfte und Genesene entfällt damit die Quarantänepflicht. Für alle anderen Reisenden wird sie verkürzt. Sorge bereitet allerdings die Delta-Variante. Sie gilt als deutlich ansteckender als die seit März vorherrschende Alpha-Variante. Neuer Regierungschef in Haiti ernannt. Der Neurochirurg und ehemalige Innenminister Ariel Henry ist jetzt Premierminister von Haiti. Der neue Regierungschef wurde von Staatspräsident Jovenel Moïse ernannt. Henry ist der siebte Premier binnen viereinhalb Jahren. Eine verfassungsgemäße Bestätigung durch das Parlament gab es nicht, da der Karibikstaat zurzeit keine Volksvertretung hat. Weil die letzte Wahl unter anderem wegen heftiger Proteste ausgefallen war, hat Haiti seit anderthalb Jahren kein Parlament mehr. Neuwahlen sind für Ende September geplant. Tadjikistan erhöht Grenzschutz Angesichts der Kämpfe in Afghanistan zwischen Sicherheitskräften und den radikal-islamischen Taliban mobilisiert das Nachbarland Tadjikistan 20.000 Militärreservisten zum Schutz der Grenze. Präsident Imam Ali Rahman ordnete die Einberufung an, nachdem am Sonntag mehr als 1.000 afghanische Sicherheitskräfte vor heranrückenden Taliban über die Grenze geflohen waren. Zudem besprach er telefonisch die Lage mit Verbündeten in der Region, darunter mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Dieser sicherte Rahman nach Angaben des Kreml Unterstützung bei der Grenzsicherung zu. Black Box an Absturzstelle auf Holo entdeckt Ermittler des philippinischen Militärs haben den Flugdatenschreiber aus dem am Wochenende abgestürzten Militärflugzeug geborgen. Die Black Box soll nun helfen, anhand der im Cockpit aufgezeichneten Gespräche den Hergang des Absturzes zu rekonstruieren. Die Transportmaschine des Typs C-130 Hercules hatte am Sonntag die Landebahn auf der philippinischen Insel Holo verpasst und war beim Versuch, wieder durchzustarten, abgestürzt. Bei dem Unglück kamen nach aktuellen Angaben 52 Menschen ums Leben. Proteste nach mutmaßlichem Hassverbrechen Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in Spanien sind dort tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Homophobie zu protestieren. In der Hauptstadt Madrid hielten die Demonstranten Transparente mit der Aufschrift Homophobie und Faschismus sind dasselbe in die Luft. Am Samstag war der 24-jährige Krankenpfleger Samuel zu Tode geprügelt vor einem Nachtclub in La Coruña im Nordwesten Spaniens gefunden worden. Seine Angehörigen gehen von einem Hassverbrechen aus. Merkel plädiert für EU-Anbindung des Westbalkans. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht die sechs Westbalkanstaaten aus geostrategischen Gründen als künftige Mitglieder der Europäischen Union. Es liege im ureigenen Interesse der EU, den Prozess voranzutreiben, sagte Merkel auf einer virtuellen Westbalkankonferenz unter deutscher Leitung. Dabei deutete sie den Einfluss von Russland und China in der Region an, ohne die Länder beim Namen zu nennen. An der Konferenz nahmen die Staats- und Regierungschefs von Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teil. Königspaar bei Merkel und Schäuble Das niederländische Königspaar setzt seine Staatsvisite in Deutschland an diesem Dienstag mit einem Besuch im Bundestag fort, wo König Wilhelm Alexander und Königin Maxima von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble empfangen werden. Anschließend steht ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel an. Der Staatsbesuch dauert noch bis Mittwoch. Zum Auftakt am Montag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das niederländische Königspaar empfangen. Trauer um Richard Donner Der Hollywood-Regisseur Richard Donner ist tot. Laut übereinstimmenden Medienberichten starb er im Alter von 91 Jahren. Donner gilt als einer der Wegbereiter des klassischen Actionfilms. Zu seinen größten Erfolgen gehört die Filmreihe Lethal Weapon. Auch bei Superman und dem Horror-Klassiker Das Omen führte er Regie. 2008 wurde Donner in Los Angeles mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Soweit die Meldungen von Dienstag, dem 6.7.2021. Langsame Nachrichten Das Omen Das Omen Das Omen Das Omen Daum Daum Vielen Dank.